Hallo, hier ist Martin von Wannimankies, das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 11.01.2024 und es geht wieder vorwärts für unseren DAX hier. Der Traktor ist ja geborgen und auf Kurs gebracht. Man muss allerdings sagen, dass das sehr verhalten ist und auch insgesamt muss ich sagen, die zweite Handelswoche ist bisher recht ruhig. Ja, also wenn wir gucken, wir sind Montag reingekommen, bewegen uns eigentlich jetzt schon Dienstag, Mittwoch komplett in der Montagskerze. Die Montagskerze selbst geht regelrecht unter in der volumenschwachen Vorwoche und ja, stehen halt letztendlich auch unverändert da, sind wieder ein bisschen hochgekommen und haben uns über die 6,50 gehalten, sind jetzt hier nicht, brach ja weggerutscht, wir hatten ja gesagt, wenn er richtig schwach wieder reinkommt, ähnlich wie am Vortag, dass er dann auch hier unten nochmal an die Channelkante konnte, ist aber bloß mit Abwärtsgelb eröffnet und direkt von der ersten Minute eigentlich schon nach oben wieder reingedrückt, hat das quasi rausgenommen. Den Eindruck hat sich auch gut behauptet, hier wieder ein paar Meter schon mal hochgehoben. Das Gelb ist noch offen hier, das können wir jetzt noch zum Nonnerstag und von einer Stunde auch nicht zum Wege hier oben nochmal ein bisschen reinzudrücken. Sollten Übertreibungsbewegungen oben einsetzen, sollte man zur Kenntnis nehmen, dass die obere Channelkante nun schon auf 9,30 abgesunken ist, das Hoch hier ist natürlich unverändert bei 9,60 und ja, ich sag mal so, alles was so per Stundenschuss über 7,75 geht, könnte dann entsprechende Übertreibungsbewegungen einleiten. Und da muss ich dann halt zeigen, kriegt er hier die 800 und 8,20 weggerumst, dann kann er bis zum Channel gehen oder stellt sich halt wieder nur an der 800 ab. Aber ich glaube, dann wird er auch keinen Stundenschuss über der 7,75 hinkriegen. Ja, also das würde dann wahrscheinlich so sein, dass er dann ein Gap zumacht, dann der 800 sich abstößt und einmal komplett nach unten wieder auf die 6,50 zurückfällt. Ja, und von daher kann man anhand des Bewegungsbildes, was wir jetzt haben, hier tatsächlich einfach nur sagen, am besten eine Spanne zwischen 8,20 und 6,50 einplanen und im besten Falle bedient er sogar beides am Donnerstag. Ja, vielleicht dann sogar erst oben, dann unten, würde fast besser reinpassen, aber er müsste schon wirklich viel Mühe geben, da jetzt erstmal rauszukommen. Gleiche gilt natürlich auf der Unterseite auch, wenn er jetzt einfach nur abkippt, wäre jetzt gar nicht so dramatisch, könnte er halt letztendlich auch einfach wieder im Bereich um 6,50 aufdrehen, das heißt, kriegt man hier unten eine grüne Stundenkerze hin, kann er locker bis 7,75, 800 auch durchstarten, müsste hier deutlich per Stundenschuss runter, eigentlich unter 6,30 per Stundenschuss, dann würde ich fast sagen, erstmal nach unten Chance wieder, bis untere Channel kann, die ist jetzt bei 5,60, nicht mehr bei 5,75 wie am Vortag, ist jetzt weiter abgefallen, 5,60 und wenn das dann auffällt, dann ist hier nach unten raus erstmal wieder ganz gut viel Platz, weil er dann auch unter den Channel geht halt, ne? Und unter dem Channel hat aus Tagessicht dann schon ein bisschen mehr Risiko auf der Unterseite, aber reinstand jetzt, ist halt überhaupt nichts passiert, ja, das muss man so sagen, so ein bisschen wie der Bitcoin jetzt, wo die ganzen Bitcoin-EDFs freigegeben sind, ja, ist überhaupt nichts passiert, Entscheidung ist raus, ist genehmigt, fertig und nichts passiert in der Bude, ist schon ein bisschen ein kleines Non-Event gewesen und so kann man hier die zwei Tage auch bewerten, wirkt sich einfach nur in der Montagsspanne, da gibt es jetzt erstmal kein neues Signal, kein Handlungsbedarf und müssen erstmal gucken, wie der Markt ist einordnet und sich verhält, deswegen, ich plane hier ein bisschen einfach hin und her Schlag ein, jetzt am Donnerstag, das würde mich zumindest nicht wundern, ich bin bei der 8,20 sehr gespannt, 8,20, 7,75, wie er sich verhält, wenn er wie gesagt drüber kommt, er hat das Zeug aus der chartlichen Situation, auch durch diese schöne Aufwärtsbewegung hier, er hat das Zeug bis da oben ranzuziehen, das entscheidet sich hier, muss das hier gut gewirkt kriegen, kann er durchaus bis 9,30 hochziehen und muss das gut stehen hier, wenn er sich gut steht und sich da bloß abstürzt, umdreht, dann geht er auch bloß wieder auf 6,50 runter, ja und ich denke, können wir den Tag eigentlich so stehen lassen in der Bewertung, brauchen wir hier nicht mehr Zeit verlieren als nötig und deswegen wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.